Hallo! So, dritte Runde. Gucken, ob wir ein Headrick schaffen. Scheiße, ich hätte es nicht sagen dürfen. Ja, ja, nee. Ach, komm. Dieser blöde Aberglaube. Der ist überbewertet. Ich habe eine schwarze Katze. Hast du zufällig noch eine Leiter über dir stehen? Ja, genau. Ich sitze unter einer Leiter. Und ich stehe auf Spiegelscherben. Ne, die bringen Glück, ne? Bringen die Glück? Ich weiß nicht mehr. Ja, die bringen, glaube ich, Glück. Okay, keine Ahnung. Irgendwas mit Scherben oder so bringt doch auch Pech, oder? Nö, ich habe es nicht. Du bist immer grün bei mir, komisch. Ja, weil ich das eingestellt habe, da ich grün sein will. Cool, ne? Weil ich alles kann. Ich bin besonders. Hat auch schon meine Mama immer gesagt. Das haben die auch im Kindergarten gemacht. Fuck, habe ich einen Header gekriegt. Aber wenigstens nicht die in die HE gerannt. Sind übrigens zwei A lang, einer ist im Loch. Okay. Ja gut, das kann uns jetzt egal sein, weil wir haben jetzt schon... Wir sind eigentlich drauf. Äh, ich fehl's. Ich guck dir zu. Ach so. Ah, okay, nice. Ich fühl mich geehrt. Töte jetzt auch bitte, Leute. Einen hast du schon mal. Ne, schmeiß ich jetzt nicht. Ja, ich wollte es auch. Nett ne Flash schmeißen nachher eh. Ach, wo ist denn unsere Bombe jetzt? Hat er die nicht gelegt? Was haben die denn gemacht? Äh, Loe. Hä, wo ist die denn? Am Spawn. Der Idiot ist runtergegangen, hat's töten lassen. Echt jetzt? Echt jetzt? Okay, nochmal Glück. Echt jetzt? Also das war wohl. Ach, hab ich die denn nicht gelegt? Das wäre doch ein bisschen sicherer gewesen, ne? So. Wir haben gewonnen. Super. Oh no. The Bomb. Ja, mach Sachen. Dat Feststellung, ey. So. Tick-Tack-Tack-Tick. 300 Gramm. Oder Taktick-Tick-Tack. Äh. Oh, einer ist AFK, super. Tick, Tack-Tack-Tack-Tackatack. Tack-Tack-Tackatack. Tick-Tacktuckatuckat Kennst du Takatooker? Ja, kenn ich. Kennst du Tatanka? Kennst du nicht, ne? Ist ein Wrestler. Ach, wir hatten schon wieder die Rauchen geschmissen. Leck den Schwert. Hitman, so heißt mein Mensch, mein Cousin. Ah, ich hab die Bombe. Dann, äh, tu dir und mir einen Gefallen und lege sie hin. Leck die aber, dass man sie sehen kann. Ich ziele aufs Loch. Mein Auge juckt. Mein Auge juckt. Shit. Mein Auge juckt. Tür oder wat? Jetzt kann ich kratzen. Ah, so. Ah, tolle Flash. Tolle Karte. Legen wir mal hier hin. Da, Loch, 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 Loch. Alter, warum treffe ich denn nicht? Alter, warum treffe ich denn nicht? Hab ich schon mal gesagt, da ich das hasse, wenn ich schlecht spiele. Tür. Na, endlich hab ich Akne tötet. Ich hab auch schon einen getötet. Schnell weg. Schnell weg. Schnell weg. Oh, ich hab, ich hab die Bombe. How much is the fish? Äh, bombig ist der, der Fisch. Bombig sagst du. Ach, ich hab keine Rauch gekauft. Na, dann gehen wir, dann gehen wir, äh, A kurz. Ich hab Flash gekauft, dann gehen wir A kurz. Ich hab auch Flash gekauft. Sehr gut. Dann, Flash mal über A lang. Mhm. Flash mal drüber. Denken sie, wir kommen. Wirf die immer viel zu hoch. Ja? Ja, gut. Achtung, Flash. Das ist meine Lieblings-Flash-Stelle hier. Da kann man so weit werfen. Ah, da ist einer. Okay, tot. Irgendwer hat mich angeschossen. Katar... Rimpion. Keine Ahnung. Tick-Tack. Tick-Tack-Rimpion. Wo ist denn der? Warte. Nee, hat er nicht gekillt. Dammit. Nein! Aber ich hab ihm 38 gezogen. Der ist schon... Habt ihr gelegt? Nein, ich konnte nicht legen, weil hier... Ach, da bist du. ...Gegner sind. Ach so. Ja, das ist aber der einzige. Nee, das sind noch zwei. Oh! Warum ist es denn nicht direkt auf dem explodiert? Weiß ich nicht. Das ist eigentlich eine gute Frage. Ja, das wäre... Das wäre nochmal nice gewesen. Das wäre ein Screenshot-Wert gewesen. Eins gegen eins jetzt gekillt. Jetzt kommst du drauf an. Ja. Du hast den noch gekillt. Ja, immerhin. Der hat aber ne Awe. Schon. Oh, jetzt hat er... Eine P90. Das ist mal ein Wechsel. Was? Oh, nach da! Boah! Gut, dass er gewechselt hat. Ja, ist schon gut. Jetzt nimmt er meine Galli? Doch nicht. Egal. Oh, ich hab die Bombe. Wollen wir jetzt mal beginnen mit deiner Smoke? Können wir machen. Dann kaufe ich eine Smoke. Tu das, bitte. Hab ich getan. Sehr schön. Ich habe sie in der Hand. Ich werde sie benutzen. Du machst mir eins, ne? Was? Now be careful with the Flare. Was? Ne. Ach, Flashes. Flashes. Wupp. Da ist eine. Hab einen gesehen. Ich hau... Ah, da ist schon eine Flash. Raus. 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 Ah, du blockst mich. Okay, den hab ich irgendwie gekriegt. Danke, dass ich... Einen hab ich bei Auto. Einen hab ich bei Auto. Okay, nice. Ey, der andere ist jetzt rausgegangen, da in die Mitte. Ne, der ist tot. Den haben wir gekriegt. Ah, hier, äh, Decoi im Dings. Ach ne, das war einer von uns. Glaube ich. Ne, das war keiner von uns. Das ist ein Decoi. Wo kommt er? Mitte, aber das war's. Fehlt nur noch einer. Ah, okay. Warte, ich hab... Ich hab die Tür... Ich geh von hinten. Alter, jetzt hat er noch einen weggeholt. Na komm ins Loch. Was? Alter, echt jetzt? Hab ich genau... Ich hab in die rechte Ecke vom Loch gezielt und geschossen, als ich geflasht war. Und er war aber in der linken Ecke. Naja, Hauptsache wir haben gewonnen die Runde. Okay. Okay. Ich könnte ne Aave kaufen. Ich kauf ne Aave. Ich steh nämlich grad gut. Do it again. Ich steh grad gut. Also, ich zieh auf die Tür und guck da ich eigentlich die Tür erwische. Ah, shit, da ist einer mit ner Scout-Aave irgendwas. Scout-Aave? Hab ich. Nice. Ah, jetzt ist einer vorbeigesprungen, jetzt hab ich natürlich nicht mehr mit gerechnet. Einer von uns hat ne Auto-Sniper und wurde getötet von ner Scout. Ja, passiert. Aber wo ist die Scout? Ich seh den nicht. Ja, der ist da. Wo, Mitte? Ja. Ich hör ihn direkt hier hinter der Tür. Ja. Wo bist denn du? Ich war direkt... Nice. Nice. Ich war hier hinter... Hier bei der Tür, guck. Achso, okay. Und der ist hier, dann ist er, dann hab ich hier... Ah, okay. Hättest du das mal genauer beschrieben, hätt ich mal auf die Tür geschossen. Ja, ich wusste ja jetzt nicht. Oh, ich steh aber wieder gut. Ja, guck. Ich bin schnell hingelaufen. Direkt dasselbe nochmal. Ja, ne? Wenn's schon läuft, läuft. Wieder warten. Die Bühle. Eine. Zwei. Drei. Oh, nice. Dann gehen wir an. Was wird das denn für ne Scheißflash? Dann gehen wir auf jeden Fall A. Ah, ne, da ist einer A. Awe. Dede denn bitte, der guckt wahrscheinlich gleich. Ja, ja, der... Ich hab'n kurz... Ah, fuck it, ey. Oh, da ist er einer. Oh, da kommt einer. Scheiß Lampe. Boah, ich hab'n wieder, ich hätt'n getroffen. Durch die Lampe. Ja, nimm den Pistol, jetzt der kommt. Oh, jetzt wurde ich von links angeschossen. Wo sind die alle langgekommen, ey? Ja, da ist keiner nach B gegangen. Ach so. Ja, kein Wunder, wenn euch dann erschossen werden. Ach Leute, echt jetzt? Oh, Mann, ey. Das hätte man vermeiden können. Mhm. Wir müssen ein Haus hoch eigentlich gewinnen, ja. Wir müssen. Okay, ich kaufe wieder was anderes. Ich hab' eh kein Geld für ne Awe. Ja, wir können ja jetzt mal wieder... Wir haben die Bombe. Äh, ich. Du, wo willst'n hin? Jetzt fahren wir mal nach B. B, kaufe ich ne Smoke noch schnell. Nein, falsche. Scheiße, lauf vor. Was ist denn wieder für ne bescheuerte Flashbang von dem Typ? Ja, das wär' hier so'n Team-Flasher. Direkt rein. Draußen. Können. Hast du den? Ja. Oh, der hat ne Awe. Oh, der hat ne Awe. Ich trau' mich nur noch nicht. Ich bin noch alleine hier. Ja, der ist... Der hat ne Autosnipe. Ach nein, jetzt hat die andere... Der andere die aufgehoben. Nee, ich, die Bombe. Cool, ey. Ja, warte. Ja, guck auf. Gap das, da keiner kommt. Ja, guck ich. Das wär' nämlich blöd. Bist du die Tür? Da trink ich jetzt nämlich doof. Dann hab' ich Gap... Ah, Tür, 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 Tür. Alter, wieso muss ich... Was war'n das? Oh, Loch. Es ist einer drinnen von Cutters. Ja, toll. Ach, ich war der Einzige. Ja, wir wurden voll platt... Ja, die sind wieder in die Cutters gegangen. Und das Geilste ist... Pass mal auf, das Geilste ist... Ich schmeiß' vorhin die Galli weg. Ja? Ja. Weil ich die andere Waffe haben wollte. Hat der andere die gekriegt. Dann hab' ich meine aufgehoben und drücke Nachladen. Und er lädt nicht nach. Wovon ich ausgegangen bin. Sie ist nachgeladen. Ja. Sie war nicht nachgeladen. Ich hab' drei Schuss oder so auf denen die Tür gesetzt. Und dann hat er angefangen nachzuladen. Also, ey, ganz im Ernst. Die können schon wieder kotzen. Ich hätte ihn gekriegt in der Tür. Wir gehen anscheinend wieder B. Ich war jetzt etwas überfordert, weil auf einmal waren alle weg. Ich hab' keine Rauch. Wir gehen doch nicht B. Wir gehen Cutters kurz oder was. Ja, toll. Die rennen wie so ein Elefant im Porzellanladen hier durch, ne? Ich auch. Da ist aber einer. Bitte? Ja. Hinter uns. Hinter uns. Hinter uns. Ich hab'n doch gehört. Und ich krieg' nur ein Assist. Dafür, oder was? Da ist auch einer. Ja, ach komm, du klaust mir auch die Kills zu Sack. Jupp. Freu dich, dass du nicht gestorben bist. Zerleg. Master. Bombe wurde gelegt. Das ist gut. Ich guck' äh... Ja, das haben wir. Unter und lang so halb. Lang kommt einer von uns. Guckt aber nicht lang. Lang kommt einer. Lang kommt einer, ja. Lang kommt einer, ja. Ja, der hat nämlich ne Dings. Nice, den habt ihr. Echt? Ist der weg? Ja. Okay, laufen wir. Ach, der andere ist da noch in der Ecke. Es geht um zu explodern. 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 Hier war eben einer. Oh. Hä? Nimm mal da hin. Ist fort. Ja, da war deine Dings dran. Ich hab die Bombe. Sehr gut. Wo willst du denn hin? Äh. Ähm. Sag mal schneller. Ah lang, ah lang, ah lang. Ah lang? Oh Gott. Ja, das denken die vielleicht nicht. Komm, wir jetzt immer so mittig gegangen sind. Gehst du vor? Kann ich machen. Dreck schießen. Boah. Einer ist im Loch. Ah nein. Achtung. Ja komm, zieh dich zurück. Ja, ich kann nicht, du Scherzkeks. Warte. Die wissen, wo ich bin. Warte. Ah, die kommen ja jetzt. Aber die gucken auf mich. Warte, bleib da einfach. Grenade. Ach, einen hab ich mitgenommen. Ja, aber hast du gut gemacht. Zwei Stück sind da noch, die kommen jetzt durch die Türen. Ja, wir ist aber gut. Wir können jetzt hier nach Spie gehen. Ja. Das war sehr gut. Wir dürfen's jetzt nicht noch wieder verkacken mit zwei Leuten hier. Das wär schön. Du bist ein Piece of Shit. Wer denn? Juckt mich gar nicht, was der zu sagen hat. Boah, Flash. Was war's für ihn? Sehr nice. Wer hat das denn gestrieben? Äh, hier der eine von uns. Der... Wie heißt der denn? Ibex. Nix. Ja. Toll. Hier, Latte. Das schickt mich überhaupt nicht. Wo gehen wir denn jetzt hin? So, du hast doch nicht die Bombe. Weiß ich nicht. Mal gucken. Der Ibex hat die Bombe. Der geht A. Guck mal da machen. Okay. Ja, dann mach das. Piece of Shit. Achso, er geht voran, oder was? Ja, ist ne gute Idee, ne? Falls die Bombe verloren geht. Ist er der Erste? Ist hier ne Rauch, oder was? Okay, hier ist anscheinend keiner. Ne, hier auch nicht. Doch. Tatsächlich. Da, renn. Lauft. Seid ihr schon auf A? Ja. Wir sind bei B alle. Na dann. Legt in Ruhe. Ich hab A kurz sicher. Ich guck auf lang. Da steht jetzt einer auf mir drauf. Ne, hinter mir. Jetzt Ruhe. Bumm. Komm. Wo denn? War kurz. Ah, scheiße. Er hat mich mit seiner scheiß P90. Minus 34. Zwei Leute. Achtung, die schmeißen, die schmeißen. Sehr gute. Sehr guter Molotow. Nice. Sehr nice. Achtung, der ist. Ja, bleib. Hinter dir. Nein. Ja, ich hab grad geschossen, ey. Ja, der Typ musste nicht erzählen. Alter, der trifft nicht. Ja, vor allem entschärft der nicht mehr. Ja, okay, nice. Oh, Gott sei Dank. Der ist zu win. Aber der, ja guck, der Ibex, der trifft aber auch nicht. Zwei Spieler im Brand. Yeah. Oh, Alter. Ich hab dem Ibex grad gar nicht zugeguckt. Ja. Schade. Nee, der hat wirklich gar nicht getroffen, ne. Just as I planned. Oh, er ist so gut. Was ist denn das? Wer hat denn die Bombe? Er ist ganz schön selbst verliebt. Ach, Bombe geht auf B. Super. Ja. Hat er jetzt gesmoked? Die Bombe rennt er jetzt da durch? Oh, der rennt da durch. Alter, ich kotze. Äh, die sind bei A. Nee, eben net. Ja, lauf doch, Junge, du. Depp. Was hat der Typ da wieder gemacht, ey? Na ja, komm rein. Tür. Beide weg. Ich guck, Cutters. Nee, ich hab zwei bekommen. Jetzt kommt erstmal keiner mehr durch die Tür. Ah, der Typ kommt. Cutters. Guck, Cutters. Ich guck hier. Okay. Sind die letzten beiden. Okay, der eine schmeißt was. Ja, das war nicht glückreich. Fuck, ich bin geflasht. Egal, egal. Ich hab trotzdem gekillt. Sehr gut. Sehr gut. Der hat mich sogar nicht einmal getroffen. Oh, ich hab die Bombe geschenkt bekommen gerade. Oh, was willst du machen damit? Äh, A kurz. A kurz, okay. Dann machen wir das doch mal. Es wär immer ganz gut, wenn jemand schreiben würde, wie viel er sieht, ey. Ich muss dann gleich mal schreiben, dass er das immer schreiben soll, wenn er guckt. Tja. Da ist immer einer gewesen jetzt in der Mitte. Warte mal. Achtung, hinter uns kommt gleich einer. Kurz ist frei. Hier liegt nur ne Köder. Ah ne, da ist einer. Warte. Runter, runter. Ich komm, ich komm. Warte. Alter. Da ist doch keine Wahl. Oh, wer ist denn neu jetzt denn? Ich kämpfe jetzt. Jetzt läuft der auf lang, oder was? Ist dein Ernst? Scheiße, ich glaub du hast die Bombekacke gelegt für den. Da, okay, knall ab! Knall noch ab! Knall noch ab! Zoom doch nicht noch! Schieß doch! Alter, ich breche ab! Ja, was macht der denn? Ich guck auf den anderen! Ja, toll, jetzt hat er sich selbst ausgetrickst, ne? Ja, aber jetzt kriegt er sie noch. Oh man. Echt jetzt? Die war gut gelegt. Jaja. Ah, aber was macht der denn durch den? Unverdient. Ja, der hat, der hat zwei Leute. Oder ne, einer. Auf einmal stand da lang einer und ich hab mir gedacht, was macht der denn da? Und dann zoomt der auch, da zoomt der nur näher dran, anstatt zu schießen. Alter, der Typ feiert sich aber ohne Ende, ne? Ja. Naja. Alter. Ich meine, das war Glück, aber unverdientes Glück. Ja gut, der hat Glück gehabt, dass ich die Bombe da hingelegt hab. Beziehungsweise, dass ich die nicht dumm gelegt hab. Okay, nice. Was denn jetzt? Da hab ich mich selbst geflasht. Na, warte. Okay, ich guck. Ich guck kurz weiter. Boah, ich hab ja die Bombe. Ah, kurz ist down. Ich bin down. 88, minus 88. Ich glaube zwei kurz. Ja, nice. Nice. Geht doch. Ja, der... Ah, warte, der ist bei langem tot. Achtung. Okay, dann... Der ist im Loch drin. Bleib einfach unten. Ja. Sind nur noch zwei, ich glaub die sind beide da drin. Warte einfach bis er da... Entweder die kommen oder nicht. Eigentlich versuchen müssten wir uns. Ich hör was. Warte, ich guck. Ja, das ist der hinter dir. Okay. Der ist tot. Bleib da. Okay, ich flieg in die Luft. Ja, egal. Egal, ist gut. Nice, 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 nice. Sehr nice. Grad noch überlebt. Chapeau. Oh, jetzt wollen sie jemanden rausschmeißen. Bombe gelegt und gegen zwei Gegner verteidigt. Und du hast das Team gegeneinander aufgebracht von den anderen. Sehr gut. Die wollen... Au, jetzt jetzt hier zerbricht das Team. Sehr gut. Ja. Ich fühl mich gut. Ja, guck mal. Ja, wo gehen wir denn hin? Ach so, ja, ich hab die Bombe. Ach so, ja. Äh... Oh, jetzt gehen alle hier lang. Geht mal gucken, was lang und kurz los ist. Da war einer. Kurz ist aber auch was. Oh, jetzt kommt einer über kurz. Ja, den hab ich. Okay. Ich guck mal Richtung T spawn. Noch einer. Ja, okay, die sind weg. Gehen wir A lang. Okay. Ja, der ist weg. Na, die sind weg. Ich guck mal. Lair. Loch, ich muss denn was... Was sag ich denn? Gap? Spawn... Also... Ja, der andere ist wahrscheinlich ein... Spry. Einer muss gleich mal Dings gucken, äh. Was? CT spawnen. Der ist da bestimmt. Entweder ist... Afk... Ach. Ne. ja der andere chip ja das war nämlich klar der andere ist so ein blöder idiot ja der sb hat den weg gesnipet aber juckt mich nicht bleibt bleibt da bleibt ja ich geh hier in die ecke da kommt eh einer mehr wenn ich hier stehen bleibe sterbe ich ich weiß nicht wo du bist ja da stirbst du glaub unten weiß ich nicht ja das war klar aber egal das war dann ist jetzt letzte runde da kommen wir noch mal ein hier das kauf ich ein ich habe eine arme nein ich bin so dumm das war wohl ich war zu langsam ja weil wir hier hochmut kommt vor dem fall ne bisschen bisschen ist gut alter der hat glaube ich mit meiner arme geschossen ist der die droppt hier auf a ist einer links neben hier ist einer ich weiß es das weiß ich jetzt nicht da war ich noch nicht naja der ist hier gammelt rum ich habe gerade was getrunken stecken um die ecke steht er da so dumm ja ich habe es gehört wie er da dumm rumsteht so jetzt geht es los warte mal wo die anderen hingehen wieder mal ich told ja und dann gehen wir naja komm wir gehen b drei leuten ist okay der andere ist mitte ja okay lasst ja ist ne gute idee was er macht jetzt gehen sie a lang ja direkt um switchen weil das hat keinen sinn da ist ja die sind drauf leider achtung flash ich warte ja ich gehe über kurz kurz ist gerade noch einer gelaufen und er ist von uns scheiße dann gehe ich über lang die legen ich gucke ins loch hinten aber das wäre blöd wenn ja 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 okay ich bin da und ja der andere kommt jetzt kannst du gehen ich habe ein stück laufend stück der andere steht hinter der ecke ach scheiße der ist tot alter toll der hat nicht mal mehr viel gehabt ey dummes team scheiße jetzt reicht es nur für eine 5-7 die haben sich aber echt überrennen lassen bei A war wieder komm wir gehen mal A jetzt ja warte mal wo sie jetzt wieder hinrennen ich würde A vorziehen sonst ja ja lass mal direkt zu A dann rennen die anderen woanders hin ja ja denkst du ja komm doch mit ich gehe auf B na ok na gut ach so er geht er geht kurz ok kurz ist eigentlich meine spezialität aber na gut ey der steht an meinem Lieblingshof ja toll er ist kurz tot na gut komm kurz ich gehe über kurz ja holen der ist der sitzt da beide nice danke für die Waffe stimmt aber die würde ich nicht ich behalte die jetzt mal das ist doch wie die äh Ballab also wie heißt sie hier jetzt die Steyr Oak äh keine ahnung was sie meint Steyr Oak von den CTs ach ich gehe wieder auf B ach die Oak ja ja kann nur AOG ja Steyr Steyr A o G immer Steyr Oak gesagt oder Ballab hieß die mal glaube ich auch ok Kattas hat oh ist es eine durch Mitte gekommen echt jetzt und die sind auf B zu dritt alter da läuft der einfach durch die Mitte und knallt mich von der Seite locker flockig ab ey ich habe es noch gehört da war es zu spät zum Kotzen naja ich gehe jetzt hier lang durch die Kattas weil es sonst keinen Sinn das ist ein Köder garantiert ja ja der eine ist tot und der eine hockt in der Ecke ich wusste es ich hasse das wenn der da sitzt weiß ich kann es einfach nicht ich kann ihn nicht treffen ja was macht der andere jetzt ja das ist was kassieren ja ich habe das Bein gesehen von dem Typen ja ich auch naja komm wir müssen ja nicht mehr so viel gewinnen zwei Runden das kriegen wir jetzt auch noch hin die anderen müssen noch zwölf Runden haben mehr Runden gewinnen ein bisschen ja also da kriegen wir jetzt zwei Runden auch noch hin dann gehe ich jetzt auf A kurz mir ist es mir egal wer jetzt noch da hin hat Heck jetzt echt ne was hat er der glaubst nicht was der gekauft hat äh den Taser nein ok was ist schlimmer er hat ne ne Pumpgun gekauft da ist einer ich krieg nicht mal ein Assist obwohl ich den getroffen hab ich will nichts gekillt bombe ist hier bombe ist hier bombe ist hier ja der ist da wo da da ah guck unentschieden haben wir schon mal drin Ach komm, das glaubst du doch jetzt, weil der jemand nicht, oder? Nur war es das nett? Hier, äh, full buyout, ne? Äh, achso, stimmt ja. Ich hab so eine gammelige... I am a ninja. ...nova hier, and you? You are shit. Ach, das war deswegen gemeint. You are shit, genau. And you, you are shit. Das war damals so gemeint, ich hab schon gedacht, warum shit? Ich hab mich persönlich angegriffen gefühlt. Jetzt gibt's erstmal hier ein Baseball. Warte, warte. Baseball? Mitte. Ja, wartet, komm. Kommt nix. Doch. In Mitte. Jetzt kommen sie, ja, warte. Alter! Er kriegt mich direkt. Schießen ab, die Sau. In der Ecke rechts. Da, ist er doch. Ja, ich seh den nicht. Also, ich seh die Waffe. Alter. Okay. Ich hab nur die Waffe gesehen. Ich hätt nicht schießen können. Ich krieg den Hans Caspar, und der stehlt dann und chillt sein Leben. Nice! Yeah! Drittes Spiel in Folge gewonnen, oder? Wir haben einen Hedrick. Hedrick! Und du kriegst eine Hand in den Skizze. Und ich krieg nix. Juhu. Wieder drei Cent. Und wir sind immer noch selber drei. Yay! Wie lange müssen wir noch spielen? Weiß ich nicht. Wie lange müssen wir noch gut spielen? Na gut. Aufnahme beendet. Ciao, ciao. Oh yeah, ciao. So. So.